Musik zu machen, Musik zu erleben, das ist einfach pure Freude. Ich finde, das Leben ist viel schöner mit Musik. Die Musikschulen in Schleswig-Holstein haben ganz viele Kooperationen, auch mit Kitas. Auf der Insel haben wir in jedem Kindergarten eine Musiklehrerin, die einmal in der Woche Musikunterricht macht. Also im jungen Alter ist Musik ja besonders wichtig und wir arbeiten seit einigen Jahren sehr eng mit ganz, ganz vielen Kindertagesstätten, Kindergärten zusammen, weil wir dort einfach alle Kinder erreichen. Wir sind froh und dankbar, dass die Musikschule zu uns ins Haus kommt und dass die Kinder alle musikalische Früherziehung bekommen. Musik musikalische Früherziehung ist so wichtig für die Kinder. Da läuft ganz viel ab, was die Kinder lernen in ihrer Entwicklung. Für uns ist es natürlich großartig, weil alle Kinder daran teilnehmen können.